Ja, moin Leute. Heute stelle ich mal wieder ein Messer vor und zwar ist das diesmal ein Messer der Firma Fiskars. Die machen ja Äxte und all so ein Kram. Ja und wen das interessiert, dann bleiben und viel Spaß mit dem Video nach dem Intro. So, ja, heute wie gesagt mal wieder ein Messer, eine Messervorstellung und zwar ein Messer der Firma Fiskars. Oranger Griff, also gut wiederzufinden. Nicht ganz so leuchtend wie der Griff von dem Mora, sauscharf. Aber ich denke mal immer noch sehr gut zu sehen. Hier muss man jetzt als allererstes sagen, also es klappert ziemlich rum, das Messer. Also die Messerscheide hält das Messer nicht so gut wie bei den Messern so von Holterfors oder von Mora. Also klar ist ja auch ein bisschen, wenn man ganz doll wackelt, aber bei den Sauscharf auch selbst dann nicht. Da ist keine Bewegung drin, aber ein ganz klein bisschen ja natürlich. Aber naja, das hört man. Das klappert schon mächtig. Aber ich denke mal, das ist dem geschuldet, dass hier auch ein integrierter Messerschärfer bei ist. Also der ist in der Messerscheide integriert. Was ich davon jetzt halten soll, weiß ich gar nicht so genau. Also viele sagen, der wird jedes Mal beim Rein- und Rausziehen wird das Messer praktisch geschärft. Ja, weiß ich nicht. Also erstmal sollte man das sowieso, glaube ich, nicht jedes Mal da durchschieben, sondern man führt es dann praktisch eher so ein, dass es den Messerschärfer nicht jedes Mal berührt. Und das ist natürlich ein ganz normaler Messerschärfer, so wie man ihn auch bei dem Klingendoktor zum Beispiel hat. Also diese beiden schräg stehenden Metallklängen, die dann praktisch das Messer nachschärfen sollen. Da ist aber immer eine Klinge vorne und eine hinten. Also das bedeutet, beim Rein- bzw. beim Rausziehen, wenn man das Messer da durchzieht, wird der Grat immer in eine Richtung gedrückt. Dieser Schneidegrat nenne ich den mal. Und deswegen wird es immer, ja, immer irgendwo so ein bisschen stumpf sein. Das ist nun mal so. So, ne, man müsste es dann danach nochmal über einen Wetzstein abziehen oder über einen Ledergurt oder sowas, damit man den Grat dann auch möglichst, ja, mittig hat. So, gut, das nun mal dazu. Die Messerscheide ansonsten hier mit dem typischen Widerhaken. Hier gibt es auch diesen Verschluss. Ich denke mal, dass man da eventuell auch ein zweites Fiskars mit befestigen kann. Das ist übrigens das Fiskars-Universal-Messer. Also es gibt da verschiedene. Und das, wie gesagt, ist das Fiskars-Universal. So, ich werde das mal rausziehen, weil, ja, so, ich werde das jetzt mal so ein bisschen ruhig hier in die Kamera halten, weil da hatte sich ein Zuschauer beschwert, dass ich das Messer im Gehen vorstelle und dass er das Messer dann nicht richtig erkennen konnte. Und, ja, das will ich jetzt mal, ja, so verbessern, das Video. Andererseits kann man natürlich auch den, die Stopp-Taste benutzen oder man kann es sich bei Amazon raussuchen und kann es sich da ganz in Ruhe angucken. Nur mal so. Gut, ja, ziemlich kräftiger Griff. Es gummiert hier, dieses Orange ist gummiert, das Schwarze ist Plastik. Die Klinge ist 8,8 Zentimeter lang, kommt sehr scharf an, allerdings nicht so scharf wie jetzt ein Mora oder wie ein Holterforst, aber immer noch ausreichend scharf. Und da gehe ich mal davon aus, dass es daran liegt, dass hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, dass da dieser Messerschärfer drin ist und dass das Messer an der, mindestens an dieser, an der obersten Stelle schon auch immer da so ein bisschen gegenkommt, gegen diesen Messerschärfer. Ja, und dadurch dann die Klinge auch ein bisschen stumpf gemacht wird. So, ich werde mal die Kamera kurz mal irgendwo abstellen und dann will ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, wie gesagt, hier ist die Messerscheide, hier integriert, wie gesagt, hier unten, ich zeige das mal mit der Klinge, hier ist der Messerschärfer integriert. Und wenn man das Messer jetzt aber hier oben praktisch ansetzt, dann geht es nicht jedes Mal durch den Messerschärfer durch. Also da muss man es wohl schon dann auch wirklich hier unten, man sieht das so ein bisschen, hier unten durchziehen. Aber dadurch, dass man das hier durchzieht und das natürlich auf einer Seite, ja, praktisch rüber gedrückt wird, auf der hinteren Seite, ist das Messer nicht so hundertprozentig scharf, wie es sein könnte. Man muss dann noch so einen Wettstein haben, wo man das dann nochmal drüber abziehen kann. Oder man nimmt sich einen Stein, den man irgendwo findet und zieht dann die Klinge nochmal so ein bisschen ab. Dass man das beidseitig dann so ein bisschen gerade zieht. Das denke ich mal, ist schon wichtig. Die Idee finde ich gut, keine Frage, ist immer noch besser, wie mit einem stumpfen Messer durch die Gegend oder mit einem ganz stumpfen Messer durch die Gegend zu laufen. So hat man eher die Möglichkeit, wie gesagt, das zieht man da zwei, drei, vier, fünfmal durch, je nachdem. Zieht es dann nochmal, wenn man einen Ledergürtel anhat, über einen Ledergürtel ab oder über einen Stein, den man irgendwo findet. Und ja, dann hat man wieder ein scharfes Messer. Also das passt schon, das ist in Ordnung. Der Preis lag jetzt bei mir bei 14,25 Euro. Ich werde das nachher wieder einblenden. Tut mir leid, ich kann mir sowas immer nicht merken, die Preise. Für den Preis gibt es aber auch schon Mora. Und ich glaube für, was waren das, drei, zwei, drei Euro mehr, gibt es das Mora Robust. Und da würde ich mir dann eher, ja würde ich eher zum Mora tendieren. Da hat man schon von der Stabilität her, glaube ich, schon nochmal eine andere Wertigkeit. Aber das soll nicht heißen, dass das Messer schlecht ist. Also, das gibt genügend Leute, die das Fiskas ja gut finden. Kann ich auch gut verstehen. Und es hat auch sehr gute Bewertungen. Also von daher, ja, passt schon. Gut. Die Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl. Ich konnte jetzt nicht genau sehen, was das jetzt für ein Edelstahl ist. Also welche, welche Sorte. Ich gucke mal, wenn ich das finde, blende ich das ein. Wie gesagt, der Griff ist, ist gut griffig. Ist auch schön groß, also wirklich groß. Wie gesagt, ich habe Handschuhgröße 10. Das passt alles. So, und dann werde ich gleich mal gucken. Mal ein bisschen was schnitzen. Wie gesagt, das mit dem Hacken spare ich mir. Weil dafür hat das, hat die Klinge nicht genügend Gewicht. Das gucken wir uns dann, oder das versuchen wir dann gar nicht erst. Ich werde mir gleich mal ein Stück Holz suchen. Und werde mal versuchen, so ein paar Schnitzgeschichten zu machen. Wobei ich da auch denke, das sollte kein Problem sein. So. Ja. Ich will natürlich nicht ganz den, den Winkel, wie bei der anderen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ja. Schnitzen. Wunderbar. Bisschen frischeres Holz. Mal gucken. Also. Absolut scharf, keine Frage. Wunderbar. Wunderbar. Dadurch, dass der Griff sehr kräftig ist. Also man kann auch feine Späne machen oder hier so Locken runterziehen. als zum Feuer machen. Ja. Also das funktioniert. Wunderbar. Da kann man nichts zu sagen. Das Messer ist scharf. So. So. Da geht immer ein bisschen in jemals weh. Mal testen, wie stabil ist die Klinge. Also. Okay. So. Okay. Okay. So. So. Okay. So. Ja, also man könnte sich jetzt, könnte sich jetzt einbilden, dass er leicht, ja doch, doch, hier vorne vergrößere ich nachher noch mal. Die Spitze ist leicht verbogen. Ja, das ist nicht viel, macht ja gar nicht mehr so viel. Also, wie gesagt, ist nicht toll, was da passiert ist, ne, aber halt die Spitze ein bisschen verbogen. Finde ich jetzt aber auch nicht so ein Drama, weil mit so einem Messer macht man sowas normalerweise auch nicht. So, jetzt wollen wir noch mal eben kurz schauen, wie der Feuerstahl funktioniert. Also wie gesagt, das ist immer hier so die Referenz und das ist das Fiskars Messer. Tjo, da kann man nichts zu sagen. Naja. Also man kann es jetzt nicht mit dem, mit diesem Stahl hier vergleichen, aber es funktioniert. Ne? Sehr gut. Stop recording. Jetzt noch mal ein bisschen betonen. Mal gucken, ob das mit so einem Messer funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich denke mal, man sieht es trotzdem. Okay, wir sehen uns nicht. Das ist zu dick, da kommt man dann auch nicht mehr durch, das kannst du vergessen. Alles noch fest, also betonen geht, solange das Holzstück nicht stärker ist, wie die breiter oder mehr Durchmesser, wie die Klinge lang ist. Dann funktioniert das relativ gut, aber man kann das auch jetzt nicht so erwarten, weil das eine dünne Klinge, die auch nicht besonders breit ist. Also von daher macht die Klinge das oder macht das Messer das eigentlich relativ gut. Gut, das war's. Würde ich sagen, das nur noch mal zum Betonung. Alles klar. So, als Fazit zu dem Fiskars Universal Messer. Die Messerscheide hat einen integrierten Messerschärfer. Ja, gut funktioniert. Man zieht ihn dann halt zwei, dreimal durch. Muss ihn dann aber noch mal danach über den Ledergürtel oder irgendwie anders mit dem Stein noch mal ein bisschen abziehen, damit der Grat dann weg ist oder damit der Grat dann ja auch sauber gerade steht. Deswegen weiß ich nicht. Ich würde mir eher so ein, also ich habe mir so ein Schärfgerät gekauft und würde das dann eher mitnehmen. Das ist relativ klein. Das kann man wunderbar mitnehmen und damit kann man gut nachschärfen. Gut. Das Messer klappert, wie gesagt, in der Messerscheide, aber das kommt dadurch, dass die Messerscheide natürlich auch ein bisschen größer ist, damit eben auch noch Platz ist, um den Messerschärfer zu nutzen. Die Klinge ist 8,18 Meter lang und besteht aus rostfreiem Edelstahl, ist nicht besonders breit und auch nicht besonders dick. Schnitzen kann man wunderbar damit. Und Batoning, ja, würde ich, weiß ich nicht, würde ich vielleicht eher nicht machen, ich werde es aber gleich noch mal ausprobieren. Ähm, und die Stabilität kann man jetzt nicht mit einem Mora vergleichen oder mit einem Holterforce. Ne, aber ich sehe das jetzt nicht so als, als schlimmen Kritikpunkt an. Ne, wenn man weiß, äh, was das Messer abkann, dann kommt man damit wunderbar klar. Das ist genauso wie bei diesem 5 Euro Messer. Mit dem würde ich das auch nicht machen. So, ja. Also, wenn man mich fragt, ob ich mir das nochmal kaufen würde, nein, würde ich nicht. Ich würde dann lieber 2, 3 Euro draufpacken und würde mir dann wieder ein Mora Robust kaufen, weil das ist wirklich top. Hat zwar keine rostfreie Klinge, aber ist doch extrem stabil. Ja, also soweit, wie gesagt, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das Messer kaufen würde oder dann doch ein anderes. Ne, gut, ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.